Hallo zusammen, mich hier ist wieder der Heuchala und heute bin ich wieder für euch in Battle for S.J. unterwegs. Und zwar will ich euch heute wieder so einen kleinen Mountguide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein schickes Mount, was wir uns aus Patch 8.3 erspielen können. Und zwar hier um diesen Queelan. Und der schimpft sich, einmal rennstapferer Jagdhund. Und diesen können wir uns hier im Tal der ewigen Blüten erspielen. Quasi dann immer, wenn die richtige Invasion ist. Und zwar brauchen wir die Mogu-Invasion. Wenn wir diese haben, dann sind andere Rare Mobs da. Und zwar haben wir nämlich ja hier quasi die Angriffszone. Und wir brauchen einen Rare Mob, der schimpft sich Hundemeister Ren. Ich habe hier zwei verschiedene Add-ons drauf, die ganz praktisch sind. Gleich mal, bevor wir da alle fragen. Ich habe einmal hier Handynotes drauf und dann Vision of Ensot. Also Handynotes braucht ihr plus Handynotes Vision of Ensot. Dann seht ihr diese Totenköpfe. Da ist ganz praktisch, dass ihr quasi auch die Linie hier seht. Diese kleine blaue, wo der langläuft. Ich stehe jetzt hier in der Mitte, dass ich ihn auch nicht verpasse. Und dann habe ich jetzt hier noch ein anderes Add-on drauf, weil Handynotes manchmal rumspackt. Und zwar habe ich da noch Tomcat Tours. Und zwar dann auch die Vision of Ensot Version. Da hat man dann nicht so schön Sterne. Und wenn man den Rare Mob an dem Tag gekillt hat, wird quasi der Stern durch den Haken gesetzt. Weiß man, man hat das gemacht. Ihr seht, hier unten habe ich schon ein paar Haken. Gerade quasi hier angefangen, die Rare Mobs zu farmen. Genau, hier läuft der Rang. Ich habe den Mount Drop beim ersten Kill gekriegt. Ich war anscheinend ultimativ lucky und habe ihn einmal umgeboxed gestern. Habe direkt das Mount bekommen. Habe jetzt auf your head einmal nachgeguckt. Ein paar Daten haben wir schon. Wie die Drop Chance ist, sie liegt etwa bei 10%. Heißt, das ist nicht so ein Ultra Low Drop Mount. 10%. Trotzdem war ich lucky, dass ich ihn beim First Try bekommen habe. Können wir nochmal kurz ein bisschen reingucken. Zum Spawn Timer kann ich euch sagen, ich habe hier mit einem Twink mal eine Stunde gekämmt. War aber ein bisschen weit in der Ecke gestanden. Kann sein, dass er unter einer Stunde einen Spawn Timer hat. Wie gesagt, ich habe relativ lang gekämmt. Und dementsprechend schätze ich auch, dass er längere einen Spawn Timer haben wird. Hier ist auch gerade eine Gruppe offen. So mache ich meistens die Mount Rares. Einfach ins Tool und der Benutzer definiert reingehen. Hier war gerade eine Gruppe. Ran up, Warmode off. Ich bin in Warmode off. Rein joinen und umhauen. Die haben ihn anscheinend jetzt schon getötet. Und war ich zu langsam. Pech gehabt. Aber das würde ich euch auch empfehlen. Wenn ihr so Ram Ops kämmt, stellt euch an die Position. Hier bei dem, wie gesagt, der läuft einen Weg. Ich glaube, er spawnt unten und läuft nach oben. Zumindest war es da so, wo ich ihn gefunden habe. Und dementsprechend dann immer mal wieder im Tool checken ist er drin. Die Eigennamen am besten eingeben. Die sind meistens im Englischen auch gleich. Heißt, glaube ich, auch im Englischen nämlich Rennen. Und dann halt irgendwas mit Dogmaster. Keine Ahnung, ob der so heißt. Aber irgendwie sowas halt. Genau. Dann sind wir an der Stelle auch schon durch mit dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Zu den anderen Mounts, die es im Teil gibt, werde ich dann auch noch kleine Videos machen. Wer da nicht drauf warten kann, ihr seht die mit den Addons angezeigt, wo was droppt. Also wenn wir jetzt hier drüber fahren, seht ihr hier auch noch andere. Es gibt noch fünf anderen oder insgesamt fünf Mounts hier. Wie gesagt, dann dazu ein Video, sobald ich die habe, beziehungsweise ein paar mehr Infos zu denen. Und ihr könnt dann schon mal gucken, wenn euch die Wartezeit damit schon mal vertun wollt. Gut, euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.